Hallo, euer Kapo hier. Heute ein weiteres Video von Watcher of Realms. Und zwar gehen wir in den Ausrüstungs-Rate. Ich habe es nach ca. 3 Wochen jetzt endlich nach intensiven Testen geschafft. Stufe 20 von Ausrüstungs-Rate 1. Bin da für meine Verhältnisse echt stolz auf mich, da ich das hinbekommen habe, weil zu 90% oder sogar über 90% gibt es kaum Teams, die es bis jetzt geschafft haben. Jetzt werden es immer mehr, aber zu der Zeit, vor 2-3 Wochen, war es noch bestimmt 99% gab es kaum Teams, die es ohne Werner geschafft haben. Werner ist halt ein extremer Game-Changer. Der Schaden ist eins. Das Wichtigste ist, tötet nach einer kurzen Verzögerung Gegner mit LP unter 25%. Die werden einfach getötet. Ihr müsst keinen Schaden mehr machen, sie sind einfach tot. Und das ist halt so ein extremer Game-Changer. Genauso die Morrigan als Lord. Ich habe die Aeon. Sie gibt halt 10% auf Grundattribute und erhöht den Damage, wenn ein Kontrolleffekt ist, um 20%. Wer die Morrigan hat, sind halt erstmal 5% mehr auf die Grundattribute, was viel ist, und erhöht den Damage nicht um 20%, sondern 30%. Und zusätzlich noch erhöht den von Fraktionsmitgliedern verursachten AOE-Damage um sage und schreibe 25%. Also wer sie hat, ist halt wirklich nochmal ein extremer Boost vom Schaden her. Das habe halt ich beides nicht gehabt. Und das ist halt so der Knackpunkt. Genauso wie Ajax wird auch sehr oft eingesetzt. Das sind halt so die drei Game-Changer-Champs, die ich nicht hatte. Ich hatte zwar andere wie Lazir, Karmel, Venomar oder Elovin, aber wie gesagt, gerade Werner und Morrigan sind halt so die Game-Changer. Und wenn man mal guckt bei empfohlener Aufstellung, es ist in fast jedem Team Morrigan oder Werner drin. Hier, 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 hier. In fast jedem Team. Wie gesagt, es werden immer mehr. Hier bin ich, da ist es halt nicht drin. Aber sonst, hier ist auch mal ein Team, wo keiner von den beiden drin ist. Aber hier wieder Werner, Werner, Werner. Also es ist immer so gut wie immer Werner mit drin, wenigstens. Oder halt beide. Was halt das, den One bei Stufe 20 extrem vereinfacht. Und ja, ich wollte euch einfach mal mein Team zeigen, wie ich es gelaufen bin. Wollte euch vielleicht ein paar Tipps geben, wer vielleicht ein ähnliches Team hat wie ich. Es ist natürlich schwierig, das nachzuspielen. Weil man muss natürlich erstmal die gleichen Champs haben oder ähnliche Champs haben, die ähnlichen, guten Schaden macht. Und natürlich, es ist halt eine Gierfrage. Es ist einfach eine Gierfrage. Ich habe meine Helden versucht, so gut wie möglich, was das Maximum an meiner Ausrüstung ist, auszurüsten. Und das ist halt jetzt schwierig, auf andere Accounts nachzuvollziehen. Ich sage mal, bis 18, selbst teilweise 19 ist noch okay. Aber bei 20 ist auch ein Support für mich extrem schwierig, weil es da auf Nuancen ankommt. Und ein ganz wichtiger Bestandteil, weswegen ich das geschafft habe. Erstens mal mein Karmid. Er macht ein Heinschaden. Das ist wirklich so, so geil. Und ganz wichtig war das Timing von Cerberus. Ich habe sehr viel rumprobiert mit ihnen. Und das Timing war extrem wichtig, was mir halt den Erfolg zum Schluss dann gebracht hat. Ich habe es nämlich schon mal zweimal geschafft. Aber da sind immer zwei Leute durchgelaufen. Und das gibt halt nur zwei Kristalle und keine drei Kristalle, sodass ich nicht im Auto-Modus das spielen konnte. Ja, dann habe ich den Cerberus versucht, anders zu timen. Und zack, es hat funktioniert. Es war ganz knapp. Also wirklich, die Mauer war so gut wie weg. Und das Gute ist, wenn zum Schluss nur noch der Endboss steht, das war halt so, hier, die Dschungelhüterin. Wenn sie nur noch stehen bleibt und der Rest tot ist und selbst die Mauer weg ist, sie bleibt stehen. Das ist das Gute. Ihr könnt dann wieder eure Ultis aufladen und haut dann einfach auf sie drauf. Es passiert nichts mehr. Ist egal, wie lange der Run dauert, aber sie läuft nicht weiter. Und das, sobald die Helden hier alle weg sind und nur noch sie steht, habt ihr das gewonnen. Das war so ein bisschen die Gamechanger-Sache, die halt sehr gut funktioniert hat. Ich werde das jetzt probieren. So, dann zeige ich es euch. Ich hoffe, ich kriege es hin. Im Auto-Modus. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt einmal hinbekommen. Ich habe es jetzt nie im manuellen Modus, meine ich, nie mehr jetzt im manuellen Modus gespielt. Aber nur mal, um euch zu zeigen, wie ich halt die Aufstellung mache. Wichtig ist hier vorne erstmal Dolores. Sie muss halt die Mitte hiermit abdecken, dass halt der Zaborus nachher seine Ulti mit ihren Einklang ist. Jedenfalls einmal. Beim zweiten Mal ist es nachher nicht mehr so wichtig. Das werdet ihr dann halt sehen. Das ist erstmal so das Wichtigste. So, jetzt macht ihr erstmal die Ultis. Und Elovin hierhin, dass sie halt ein bisschen Wut mitgibt. Wenn ihr Elovin natürlich nicht habt, nehmt Vortex. Das ist völlig irrelevant. Ich habe sie halt gezogen. Wer sie nicht hat, Vortex. Zwei bleiben stehen. Das ist völlig normal. War bis jetzt bei mir eigentlich so gut wie immer so. Jetzt setze ich halt meinen Vortex immer hierhin. Warte, bis die Bomber kommen. Lass die erstmal ein bisschen Schaden machen. Und jetzt kommt der erste Knackpunkt. Wir wollen jetzt den Zaborus einsetzen. Wann machen wir das? Kurz bevor die hier oben loslaufen. Kurz bevor machen wir alle Ultis. Wir wollen, dass in der Mitte die Bomber so gut wie weg sind, dass die nur noch ein Viertel haben. Dann setzen wir ungefähr, das Timing muss man probieren, muss man oft probieren, setzen wir den Zaborus ein. Wichtig ist, wenn die dann kommen, dass der halt seine Ulti im Einklang mit Dolores hat noch. Gerade so. Und dann kann er sterben. Dann ist es völlig egal. Dann kann er sterben. Deshalb spiele ich jetzt erstmal die Heilung hier. Und dann können wir jetzt erstmal noch ein bisschen schneller machen. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mit allen Ultis los. Wie gesagt, ich kann nicht versprechen, dass es jetzt hundertprozentig funktioniert. Es ist ein Test. Ich habe es bis jetzt halt nur einmal geschafft. Und das war super hier. Das war der Schlag, den ich sehen wollte. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir zur Ulti kommen. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Ihr habt es gesehen. Es hat gerade so funktioniert. Er war im Einklang mit der Dolores Ulti. Und das ist genau das, was ich wollte. Und jetzt kommt eigentlich relativ gut der Schaden rum. Und es dürfte vielleicht einer nur noch stehen bleiben. Wir schauen. Zwei bleiben stehen. Okay, dann müssen wir gucken, ob wir das dann nachher schaffen. Man muss es, wie gesagt, kann ich nicht oft genug erwähnen. Man muss es ein paar Mal testen. Man kann es ja nicht versprechen, dass es funktioniert. So, jetzt ist wichtig. Jetzt setzt ihr wieder alle Ultis ein. Die Bomber wollt ihr alle weg haben. Und ihr seht, es funktioniert. Es überlebt einer noch. So, jetzt kommt der nächste Knackpunkt. Wenn euer Zerberus mehr Wut hat, gibt es zwei Taktiken. Es gibt eine Taktik, dass ihr die Ultis von denen ihr alle später einsetzt. Also die Bomber erstmal eine Weile bomben lasst. Und kurz bevor die hier loslaufen, macht ihr alle Ultis. Setzt dann wieder die gleiche Taktik ein mit Zerberus. Dass er halt, wenn die ja alle kommen, nachher erst stirbt. Während er seine Ulti einsetzt. Das ist eine Taktik. Bei mir hat sie nicht funktioniert. Deshalb warte ich mit Zerberus. Muss ja eh noch warten. Aber ich warte, bis die letzten Bomber auch da sind. Und dann setze ich erst meine ganzen Ultis ein. So, dass er dann nochmal auf alle einen Schaden macht. Deshalb warte ich jetzt erstmal, bis alle da sind. Wichtig ist wieder hier auf die Heilung achten. So, kurz warten. Jetzt müssen natürlich auch alle Ultis ready sein. Und los geht's. So, jetzt setze ich ihn ein. Zack. Und jetzt kann er auch gleich sterben. Ist mir egal. Jetzt setze ich meinen anderen Damage-Dialer hier noch hin. Weil ich habe ja jetzt Platz wieder. Und jetzt müssen wir hoffen, dass genug Schaden reinkommt. Normalerweise, wie gesagt, sollte es klappen. So gut sieht es nicht aus. Wir werden mal abwarten. Auf die nächste Ulti. Wir haben genug Zeit noch. Ihr seht, das ist noch relativ gut hier. Aber wichtig ist, es müssen wieder alle halt ready sein. So, jetzt können wir loslegen. Zack. Ah, wird enge. Ah, hat nicht gereicht. Normal müssten ein paar mehr sterben. Also es hat nicht hundertprozentig gereicht. Aber wie gesagt, ich habe es einmal geschafft. Kann ich nicht oft genug erwähnen. Und man muss es halt testen. Ihr seht, viele überleben nicht. Aber es reicht halt nicht jetzt, dass wir halt hundertprozentig durchkommen. Na, so müsst ihr das Timing testen, aber mit Zaberus, dass ihr halt ihn richtig setzt, dass halt wirklich keiner durchkommt und die hier sterben. Was mit der Hüterin hier ist, das ist völlig egal. Sie läuft nicht weiter. Das heißt, wichtig ist, dass die hier unten alle weg sind. Wenn die Hüterin alleine da steht, spart eure Ultis immer wieder drauf. Das ist dann kein Problem. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Automatikmodus. Den setzen wir mal jetzt wieder rein. So, warten wir erstmal, bis das hier weg ist. Aktivieren. Und dann lassen wir das mal einmal laufen, sodass ihr das seht, wenn der Champion da ist, der läuft nicht weiter. Der macht doch keinen Schaden mehr an der Mauer. Das ist eigentlich dann völlig egal. So, wie gesagt, Aufstellung ist die gleiche. Jetzt mache ich natürlich 30% mehr Damage, das ist klar. Da sind natürlich alle weg. Aber wie gesagt, wenn ihr das richtig timet, bleibt generell hier bei der ersten Wave immer zwei stehen. Aber hier bei der zweiten Wave eigentlich keiner mehr weiter. Wie gesagt, muss man probieren. Hier ist das jetzt auch ein bisschen anders mit dem Timing. Ich weiß nicht, warum das im Automatikmodus so ist. Aber gut, wichtig ist ja, dass erstmal fast alle sterben. So, hier genauso. Der setzt die Ulti hier schon Zeit, ja. Aber hier genauso. Wir wollen einfach nur, dass alle sterben erstmal. Und jetzt müssen wir halt sparen. Jetzt warten wir, dass der Cerberus wiederkommt. Jetzt müssen die Ultis wieder ready werden. Und wir warten, bis alle Bomber da sind. Ich hoffe, dass das Timing hier auch so passt. Genau. Und setzen jetzt Cerberus ein. Und genau so habe ich es halt mit Glück geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit meinem Video weiterhelfen. Wie gesagt, da einen universellen Guide gibt es nicht. Weil jeder hat andere Shams. Das kann man bei der 16, 17, bei der 18 noch machen. Und dann kommt es halt wirklich auf die Helden an und auf Equip. Und ohne mein Karmid würde ich das sowieso nicht schaffen. Da er halt die meisten Damage macht. Und da hätte das sowieso nicht funktioniert. Wer Karmid nicht hat, aber Wörner hat und Morrigan zum Beispiel, kann mit den beiden das probieren. Und dann mit euren besten Damage-Dielern. Aoe ist halt sehr wichtig hier. Das wisst ihr ja, wer jetzt generell 18 oder 19 läuft. Aber die 20 ist nochmal eine andere Hürde. Ja, guckt mal nochmal vom Schaden. Und da seht ihr das halt, muss ich nicht viel sagen. Karmid ist die Bombe hier. Cerberus nicht zu unterschätzen. Den Lasir hier nicht zu unterschätzen. Und der Rest ist Beiwerk. Ich denke mal, ich würde sogar mehr Schaden machen, wenn ich den Creed für Celos einsetze. Bei der Dolores-Ulti würde er, denke ich, mehr Schaden machen wie der Celos. Was halt echt schon schwach ist. Aber gut, sitzt man halt nicht im Boot. Ich habe den Helden nicht entwickelt, den Celos. Ich hätte ihn gerne auch auf Geschwindigkeit. Das machen die halt nicht. Der hat einen blöden Angriffsintervall. Aber setzt, wenn ihr Eona habt, setzt sie ein für Celos. Und dann habt ihr genug Damage. Ja, ist ein langes Video geworden. Aber es ist auch, finde ich, eine wichtige Sache. Weil es ist nicht so einfach runtererzählt wie so eine Stufe 18. Es ist schon mittlerweile was Besonderes. Und was halt auch nicht einfach ist. Und ich denke oder ich hoffe, dass ich einige weiterhelfen kann, dass die in den nächsten Wochen oder auch Monaten, wenn ihr gerade erst angefangen habt, das auch schafft. Und ich kann mal meine Helden durchgehen im groben Karmid. Muss ich nicht viel sagen. Mein allerbester Damage-Dealer. Habe ihn hier ausgestattet mit Seelen gebunden. Nachdem der ultimative Skill gewirkt wurde, erhöht sich der Damage dauerhaft um 10%. Umso öfters er seine Ulti macht, umso öfters stapelt sich das. Bis zu 5 Mal werden 50% mehr bei 5 Ultis. Ja, muss ich nicht viel sagen. Ist halt ein Heiden-Damage, der hier dahinter steckt. Genauso wie den Cerberus habe ich wirklich gut ausgestattet. Den habe ich zwar nicht mit so viel Crit-Rate, aber habe extrem viel Crit-Damage und Angriff eigentlich hier drin, sodass er wirklich viel Schaden macht. Genauso wie Lasier, ähnlich wie Karmid ausrüsten. 100% Rate, Crit-Damage, Geschwindigkeit habe ich viel hier drin und halt Angriff. Und somit greift er relativ fix an und macht wirklich relativ, natürlich nicht mit Karmid zu vergleichen, aber macht relativ viel Schaden. Ja, der Crit, ähnlich versucht, mein bestes Equipped. Er hat halt niedrigen Angriff, sodass es relativ schwierig ist, hier höher zu kommen. Man will ja noch ein bisschen Crit-Damage mitnehmen und auf Rate kommen, auf die 100% und ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. Ja, was sonst noch wichtig ist? Wut-Regeneration. Wenn ihr Wut-Regeneration in den Helden reinmacht, das hilft euch auch weiter, dass die Ultis halt vernünftig zur Verfügung stehen und ihr das versuchen könnt, gut zu timen. Ja gut, das war es jetzt eigentlich mit dem langen Video. Wie gesagt, es ist keine universelle Waffe, aber wenn ihr halt die Helden habt, könnt ihr es vielleicht so schaffen. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.